hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge von lesbiskaren legend zwischen andral und wir gehen heute in die festung quellwacht wo wir dieses ding zurückholen müssen aber auch andere sachen versuchen zu bergen vielleicht geld zu machen hallo so bogenschützen natürlich viele gegner hier ja das haben die davon will ich sagen die nehme ich glaube ich auch noch mit der dauerung gute verhältnis so das wege ist treu feilen banane aber hier ist sonst nichts kann man auch immer gebrauchen die sachen getrunken die koschen interessante beleuchtung hier wirklich ich wusste ich gar nicht ja 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 also mit diesen köpfen ist echt gut da habe ich echt köpfen gezeigt waren war nicht so gut das leben des torgang schlössl tränke nach zwei groschen in eintopf bananen schnaps 24 grosche waren das nur alles klar sage ich dann eher weniger haben wir noch ein erz monstein ist eine schöne burg muss man einfach mal eingestehen so kann das mal langsam danke also ist ist schick hier haben wir ja schon das heißt ich muss da jetzt auf den turm deswegen kam ich da wahrscheinlich mit dieser markierung nicht hin oder das ist mir nicht wert genug der golden forst woher ja hey ich bin auch noch hier oh mein gott wer kämpfte noch gegen mich ei 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 oh mein gott das war ein folgenschwerer fehler glaube ich woher habe ich halt nicht mit gerechnet dass das da so wie jetzt jetzt hätte ich mich vermutlich vorbereitet die markierung ist schlecht der gefühl gesetzt so so o ich habe dafür mein schleichsgill reicht o o o das muss ich anders angehen ich habe da so die idee mich manchmal wieder beschwören so dann ist zwar der faktor des überraschungsgefühls weg was ist denn hier das kann ich direkt nutzen ja geil so hei 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 ein bisschen schon ja so okay ich brauche einen trank okay hei 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 ja sowas richt mich gerade wieder mal auf was ist das denn das ist mein eigenes ektoplasma gewesen ich hab's oh mein gott ok nochmal drauf ja das sagst du du verlierst aber den kopf hülle der gefallenen ob sie immer mehr schaden verbessert schwere rüstung ich muss mir gerade gucken ist das besser als meine derzeitige 45 zu 63 das ist schon mal ding das ist eine leichte rüstung das ist schwere rüstung der gefallenen so handschuhe gefährten leser das ist immer noch und die anderen sachen sind aber nicht so gut gut dann werde ich jetzt in die stadt wahrscheinlich zurück können ja in das abel spiel und dort berichten während prinzip hat ihrer panthera ich weiß jetzt gar nicht wie der heißt panthera panthera ist eine kollektion aus katja also von katja nicht aus katja ist keine stadt das sind schöne uhren und ringe finde ich dabei so was macht die bettlerinne im adelsviertel das ist unfassbar lehrling ach so mit der habe ich schon so oft gesprochen jetzt arbeiten sie wieder zu zweit jetzt ich 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 klar ich denke schon 450 und level ab ich mache mal wieder lebens nie aus doch aus der freude gerne warum geht's ich 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 es ich 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. So, da komme ich zum Marktplatz. Perfekt. So, und irgendwann kann ich mir bestimmt auch mal langsam gleich das Haus leisten. Das ist die Villa Madelsviertel, wo er. So, ich freue mich schon ein bisschen. Leute, ich freue mich tatsächlich gerade darauf, wie ich in Skyrim ein Haus bauen werde. Aber erstmal gehen wir Sachen verkaufen. So, äh, Frage ist, was kann ich verkaufen? Äh, Handwerkskunst ist ja hier, diese Bücher brauche ich nämlich nicht. Äh, so. Äh, mein Spiel ist abgestürzt. Hallo? Ist geil, haben wir es abgestürzt. Aber diesmal nur das Spiel, nicht der Rest. Aber das macht nicht, die Folge ist eh fast zu Ende. Ähm, bis zur nächsten Folge. Tschüss.